Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Railherby hofft, dass es euch gefällt. Maria Zell in der Steiermark Bahnhof Maria Zell. Die Maria Zeller Bahn fährt von St. Pölten hierher. Pölten hierher. Die Hälfte der Eisenbahnen. Die Hälfte der Eisenbahnen. Költen hierher. Költen hierher. Költen hierher. Költen hierher. Rückfahrrad nach St. Völten. St. Völten. Der braun lackierte Zug heißt Ötscherbär. Vorarbeiten zum Gleisaustausch bei der Maria Zeller Bahn. Vorarbeiten zum Gleisaustausch. Im Obergrafendorf. Hier wird die MH6 an manchen Sonntagen gegen die E-Lok ausgewechselt. Da kommt der Zug aus St. Völten. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Hier fährt nach Maria Tell. Hier fährt nach Maria Zeller Bahn. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Hier beim Bahnhof Laubenbach-Mühle beginnt die Bergstrecke. Untertitelung im Auftrag des ZDF. 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 Untertitelung des ZDF, 2020